Hallo? BEEP! BEEP! Herzlich willkommen für euer Gamer. ZarkMcFly wieder am Start hier. Wir zocken Blair Witch Project in VR. Kopfhörer habe ich auch diesmal angezogen. Und dann bin ich mal gespannt. Okay. Ja, das kann man alles so lassen. Was heißt Peicher? Spielmodus stehend. Der Hund. Stimmt. Genau. Ich habe Blair Witch Project mal angefangen. Damals in Flat. Deshalb weiß ich, dass ich einen Hund habe. Ja, ein feiner Hund. Und ja, ich habe aber nicht weit gezockt. Wirklich nur reingeschaut. Und jetzt habe ich gehört, dass es in VR rauskommt. Heute, jetzt gerade wo ich es aufnehme, ist auch noch Halloween. Perfekter Moment habe ich mir gedacht, um hier mal wieder eine Aufnahme zu starten. Und ich drücke jetzt einfach mal auf Peicher. Also wenn irgendwer weiß, was das bedeuten hat, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht bin ich einfach nur dumm. Soll das Speichern heißen? Hatten wir zu wenig Platz für Speichern? Ich weiß es nicht. Ich gucke noch mal kurz in die Einstellungen. Wie A-Einstellung steht. Tunneleffekt deaktiviert. Bewegungssteuerung. Headset. Is-Contourer heißt das jetzt, dass ich mich mit dem Stick bewege? Ja, freie Drehung. Drehgeschwindigkeit schön hoch. Ich muss mich schnell drehen in einem Horrorspiel. Der will das nicht so richtig. Dann lasse ich das so. Vibration an. Komfortmodus aus. Ja. Das passt schon. Gegenstandssteuerung. Alles klar. Zurückspulen. Kassette wechseln. Modus wechseln. Greifen. Abspielen. Das hat nichts zu bedeuten. Notizblock. Handy. Oh mein Gott. Ich hoffe es wird einfach alles im Spiel nochmal erklärt. Ähm. Ja. Habe ich schon gemacht. Deutsch. Alles klar. Ich würde sagen wir können einfach rein. Zack. Neues Spiel. Und los geht's. Okay. Das war ein Videoband. Weiß ich nicht. Wie gesagt. Ich habe wirklich nur kurz reingeschaut. Und es ist auch schon jetzt ein Jahr her, als es rauskam. Deshalb. Ich werde mich wahrscheinlich an nichts mehr erinnern können. Die Videosequenz haben sie auf jeden Fall nicht in VR gemacht. Einmal ordentlich machen hier. Ah ja. Birkensberry. Genau. 1994. Aber da kam der Film nicht raus, oder? Ich habe den damals gesehen. Ich weiß, dass ich noch jung war. Aber 1994. Da war ich sieben oder acht oder so. Also ich war 13, 14, glaube ich, als ich ihn geguckt habe. Aber pfff. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, oder? Keine Ahnung. Prolog. Komm. Wir stürzen uns jetzt erstmal hier rein. Zack, zack, zack. Dein Telefonkling. Greif es mit deiner Hand. Ah, links. Ja. Nehmen wir mal an. Hallo, Alice. Jess. Hey. Ja, es ist... Es ist gut zu hören von dir. Ich glaube nicht, dass du dich telefonierst. Ja. Ja. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Ich glaube, wir sind beide vollen Verpflichtungen. Also, was hast du mit? Ah. Du hörst du über das Kind verletzt? Ich bin mit der Suche. Oh. Wow. Okay. Du denkst, dass das eine gute Idee ist? Ja. Warum würde es nicht sein? Du weißt, warum? Ja, was? Keine Ahnung. Du bist richtig? Vielleicht sollte ich mich nicht telefonieren. Nein, Jess, warte, warte, warte. Ich bin glücklich, dass du bist. Hör auf. Ich bin fast da. Ich kenne dich später, okay? Alles klar. Sei vorsichtig. Das ist unser Stopp, buddy. Das ist unser Stopp. So. So. Ich habe jetzt ganz gut gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Das war jetzt nicht meine Stimme. Sah vielleicht so aus. Okay. Noch ein bisschen rumalbern, solange es geht. Wie umständlich habe ich denn geparkt? So. Mir gefällt das Tempo. Dreh- und G-Geschwindigkeit. Und ich sollte meinem Hund folgen. Black Hill. Short. Black Hill. Parking. Keine Ahnung. So. Die Polizei ist schon da. Und ich glaube ich kann interagieren. Ja. Ja. Okay. Let's find this kid. He's been through enough already. Huh? Warum schriegt... Warum kriegst du eine Nachricht vom Shelf? Ach so. Es war gar nicht für mich. Okay. Scheinbar ist er Linkshänder. Ich habe zwar Angst angegeben, aber... Oh! Hast du das noch gefunden? We're not leaving that thing around. Right, boy? Ich glaube ich kann nicht trinken. Trash. So. Ey. Was haben die denn hier gemacht? Haben sich heimlich gemacht hier, ne? Bisschen schön eingenistet. Investigation. Peter Shannon wurde vermisst. Okay. Wir suchen den. Wie weit soll ich denn da hinten greifen? Ach! Ich muss auch greifen drücken. Ah, ich Idiot. Ich habe hier gedrückt. Untersuchungsbrief. Peter Shannon. Ach so, ja klar. Ich habe den ja gerade schon gelesen. Warum steht das hier in diesem Kreis? Okay, das verschwindet jetzt nicht. Jan. Linz Benzer. Switch mit Lopez. Okay. Dann suche ich würde ich sagen... Hier. Geil. Ich kann wirklich malen. Ja, gut. Okay. Also ich suche erst hier. Dann suche ich hier. Und dann suche ich glaube ich das Gebiet ab hier. Und dann kreisen wir das hier ein. Und ich habe den Penis witz gemacht. Ja, ich finde ihn immer wieder lustig. Peter Shannon. Okay. So sieht der aus. Hund. Hund. Wie hat der Name? Wir nennen dich Hund. Hund. Hey. Okay. Der hat die Spur schon. Keine Fahrräder. Das gefällt mir. Was ist das? Ich habe mich über den Untertitel erschrocken. Wir sollen das weitergeben. Das war ein Hinweis. Im Spiel kannst du dein Hund Befehle geben. Das weiß ich. Die Pfeife zu greifen wird Bullet automatisch rufen. Das ist ein Fuggerät. Ach. Die ist eine Hütte. Nee. Oh jetzt ist er weg. Okay. Ich weiß noch, dass dieser Hund jetzt relativ wischig ist. Der bringt uns dann immer so ein bisschen auf die Spur. Zum Beispiel jetzt hier. Komme ich denke ich mal nicht weiter. Okay. Vielleicht komme ich hier doch weiter. Ich laufe dem Hund da weiter, ja. Ich wollte etwas demonstrieren. Das hat nicht funktioniert. Aber doch, doch. Der Hund hat ein Hindernis. Äh. Ein Hindernis. Ein Hinweis gefunden. Und was gehst du hier? Irgendwie kommt mir das anders vor, als das andere Flair Witch. Arcadius. Ein Hinweis. Boah. Die Texturen sind ja schlimm hier. Nehmen wir aber mal so hin. Ansonsten ist es auf jeden Fall. Der Wald ist sehr dicht. Das ist schon mal gut gemacht. Und dadurch, dass es so dunkel ist, sieht man das jetzt auch nicht so krass. So. So. Bullitt. Hier. Ich kann es irgendwie... Hier. Irgendwie checke ich das nicht. Ich müsste das nicht eigentlich... Bullitt. Der Texturen hat er doch gesagt, ne? Komm her, Boi. Komm her, Bullitt. Lass uns diesen Kind finden. Okay, wir gehen jetzt in den Wald. In den riesigen Wald. Mit diesem gar nicht auffälligen Blair Witch Project Symbol in der Mitte. Ich sage, die Hexe wohnt im Bauch. Der Puppe. Blair Witch. Blair Witch. Ja, es geht los. Es geht los. So. Bis jetzt zum Glück noch nicht erschrocken. Ist glaube ich... Oh, ich... Ich gucke gerade mal so unter die Brille. Ich gucke ja voll falsch. Habe ja schon länger kein Horrorspiel mehr... Kein Horrorspiel mehr gezockt. Zentrierst du mal? Spiel? Nein, ich kann es selber machen, ne? Oder nicht? Ähm... Ja. Aber irgendwie hatte ich jetzt wieder Bock drauf. Mich ein bisschen zu erschrecken hier, ne? Bullitt! Bullitt! Jetzt gerade... Ja, er hat es die ganze Zeit gesagt. Bullitt hast du. Und... Was ist alsores�- Langsam? Alles- Bei Frage. Ich schau, was ist du hier? Ellis? Was machen jetzt hier? Nein. Alice, wenn du sie sehen, dass du hier hätten eine beoblichen Umgelegenheit ist, hast du hier nicht. Ich meine, ich weiß, es sei es seine Brüche. Ist das jetzt? Das sieht aus wie leischt rein. Das hier war so der Kopf und dann so der Körper und die Arme. Das sieht immer noch gruselig aus. Das sieht immer noch gruselig aus. Bullitt! Okay, also er will nicht, dass wir hier sind. Also nicht so richtig, aber wir dürfen helfen. Bullitt! Hey, komm her! Komm her! Hier! Fall! Sitz! Geil! Es! Ja, schön! Ah, Junge, Junge, Junge. Irgendwie erschreckt mich hier schon. Alles erschreckt mich hier schon, obwohl noch gar nichts da ist. Okay, wir müssen weit laufen. Oh, da liegt was. Hier, aber... Das ist Peter schonmal. Neun Jahre alt. Guck mal, ich bin ein sauberer Kerr hier. Okay, hier war schonmal ein Suchdruck. Hier war schon jemand, ne? Wir suchen den Junge. Hat er gerade auch schon gesagt. Boah, das ist aber... Oh, nur ein Stein. Oh, nur ein Stein. Boah, ich habe die ganze Textur an die Lagen nach. Ich weiß nicht, wer das so sieht. Boah, das erschreckt mich alles. Und? Bullitt? Bist du hier? Da. Okay. Da. Da. Geht's nicht rein, oder? Kannst du mir was holen? Ja, schön. Dankeschön. Wer geht auch her? Hier, ich bin hier. Ja. Hier, riech. Fass. Fass. Ja, fass. Sehr gut. Okay, wir haben den Junge. Wir haben die Spur. Wir haben das Spiel gleich geschafft. Ja. Bullitt? Da kommst du nicht durch. Shit. Bullitt? Kapitel 1 fertig. Die Lern haben wir jetzt schon aufgenommen. Ah, noch nicht lang genug. Wo bin ich denn jetzt runtergefallen? Bullitt? Hallo? BEEP! BEEP! Where the hell is he? High ground. Wir wollen das High ground. Not now. BEEP! Jetzt nicht. Get a grip, Alice. We got this for. We give it up now. Wann, das ist ein Schuss? Oh Gott, ey. Ich hatte vor einer viertel Stunde noch so Bock. Okay, calm down, Alice. Everything's fine. It's all in your head. Ah, es ist... Äh, er war im Krieg oder so. Helikopter, Schüsse. Alles gut. Das bilde ich mir nur ein. Soll ich die Augen zu machen? Ah. Ah, well. Ich hab dem ganzen Körper Gänsehaut. Okay? Don't leave me like this, okay, buddy? I just... I can't be alone out here. What is it, boy? Did you find something? Ah, so we're still on Peter's trip. Okay. Ich brauche dir und sonst werde ich wahnsinnig. Yeah. Lead on, buddy. Here! Yeah. Das sind immer komische Frösche. Bullitt! Du bist bei mir, ne? Du bist aber auch faul, ne? Was ist das? Ist das ein falscher Licht-Effekt? Hä? Wow, das ist so komisch. Die Grafik. Ähm... Heel! Bullitt! Sieg! Du bist aber auch faul, ne? Er hat auch Angst. Okay. Ich gucke erstmal hier. Aber ich glaube, hier geht's nicht weiter. Nein. Geht es... Geht es auch nicht. Was ist das? Falz! Peter! Verruf der Junge hier. Das habe ich noch. Die Mütze ist doch rot! Das war doch keine roten Mütze, die ich eben hatte. War die nicht blau? Ja, er muss ja nicht mehr verschwinden, wie ihr angehabt habt, wie auf dem Foto. Ich bin gerade darauf gekommen. Glaub ich im Kreis? Ich bin auf dem Kreis? Ja, Bullock, hast du das gefunden? Ich kann laufen. Bullock, nicht so schnell! Nicht so schnell! Hey, hey, hey Jess. Alice, ist alles okay? Du klingt nicht so hart. Nein, ich bin gut. Es ist unter Kontrolle. Es klingt nicht so. Alice, vielleicht sollte du... Nein, ich habe gesagt, ich bin gut! Die Schritte gehört? Ja, natürlich bist du. Hör, ich glaube, ich habe etwas gesehen. Ich muss gehen. Ich kenne dich später. Entschuldigung, Jess. Es ist Jess meine Freundin? Warum ist sie nicht bei mir? Ich habe gar keinen Empfang! Bullock! 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 Was ist denn das für ein Sumpf auf einmal? Wo führst du mich hin? Bullock! 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 Da muss ich aber aufpassen mit Bullock nicht, dass er da reinläuft. Wo sind wir? Bullock! Bullock! Burock! Wo müssen wir hier hin? Okay. Bullock führt uns. Ist es schneller? Ist das ein camp site? Ja! Kann ich mich hinlegen? Nein, ich glaube nicht. Schuhe. Ich habe noch keine. Was ist das, was Essen sei? Da ist ja noch Essen drin. Der Videorekorder. Das sieht gut aus, aber ich glaube, es funktioniert. Das ist ja gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich gebe es mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist passiert? Warum ist mein Handy auf einem Röhrenfernseher? Okay, so haben wir also Bullet kennengelernt. Was war, was war, war? Was ist das für ein Symbol? Ich glaube, ich mache jetzt kurz einen Cut. Also ich zocke jetzt weiter, aber das Video machen wir mal kurz einen Cut. Denken wir, das ist eine gute Länge. Zwei Kapitel haben wir geschafft. Ich halte noch durch. Ich lebe noch. Ich habe geschlafen. Und ja, wenn ihr das Video gefallen habt und ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Schreibt mir und nicht vergessen zu kommentieren. Haut rein!